Warum funktionieren meine LinkedIn Ads nicht? LinkedIn Ads, das bringt doch überhaupt gar nichts. LinkedIn Ads sind viel zu teuer, das klappt alles nicht und ja, hat bei mir nicht funktioniert. Das ist etwas, was ich immer wieder höre und was einfach nicht stimmt. Und heute sage ich dir drei Gründe, woran es wahrscheinlich liegt, dass sich LinkedIn Ads für dich nicht lohnt. Ich kriege immer wieder zu Ohren, dass LinkedIn Ads ja gar nicht funktioniert, das ist ja viel zu teuer, die Klickpreise sind zu teuer, da kommen keine qualifizierten Leads bei rum und es gibt einfach so ein paar Gründe, die komplett falsch gemacht werden und woran das liegt. Und darüber will ich heute kurz sprechen, ja, woran liegt das, was sind die Gründe, was kannst du dagegen tun? Erstens, es ist oft so, dass sich bevor LinkedIn Ads gescheitert werden, gar nicht richtig Gedanken darüber gemacht wird, wen will ich denn eigentlich targetieren, wen will ich ansprechen, ja, das Wichtigste ist wirklich, dass du ganz spezifisch in eine Nische reingehst. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel IT-Management anbietest für alle, dann ist das ein schlechtes Offer. IT-Management für Maschinenbau ist auch noch nicht das perfekte Offer, ja, du musst da schon so ein bisschen tiefer reingehen, also sei wirklich spezifisch für einzelne Branchen. Zweitens, du machst die Zielgruppe bei LinkedIn viel zu groß, ja, also man sollte bei LinkedIn maximal eine Zielgruppengröße von 100.000 haben, ja, es gibt mal Ausnahmen, da kann man auch drüber gehen, aber nur in den seltensten Fällen und wirklich, wenn du schon am Skalieren bist, gehst du wirklich hoch und erhöhst die Zielgruppengröße. Am Anfang sind die Zielgruppen kleiner, zwischen 10.000, 80.000, maximal 100.000 ist da perfekt. Drittens, die komplett falsche Strategie, ja, es werden irgendwelche White Paper gescheitert, die niemanden interessieren, ja, oder es werden irgendwelche Bilder genutzt, die auf die Webseite leiten und da bucht sich dann auch keiner ein Gespräch, ja, weil einfach nicht richtig verstanden wird, wie die Strategie auf LinkedIn funktioniert. Und man sollte sich halt wirklich überlegen, was sind denn die Schmerzpunkte der Zielgruppe, was beschäftigt die tatsächlich tagtäglich im Alltag, was sind Probleme, die auftauchen. Und da sollte man hingehen und wirklich auch mal Videos drehen, wo man dann über diese Probleme spricht. Also ein Video aufnehmen, das kann eine Minute lang sein, muss nicht länger sein, einfach kurz die Probleme anschneiden und zeigen, dass ihr das Problem des potenziellen Kunden versteht. Denn wenn man sich verstanden fühlt, dann kauft man auch und kann somit die Sales Cycle reduzieren. Fassen wir das nochmal kurz zusammen. Erstens, sei sehr spezifisch, geh nicht zu Broad, sei wirklich sehr, sehr spezifisch in deiner Ansprache, in deiner Message. Zweitens, die Zielgruppengröße nicht über 100.000 Personen am Anfang. Drittens, mach dir Gedanken über die Strategie. Ja, schalt nicht einfach nur White Paper, sondern nutze Videos. Das war es im Prinzip schon. Ja, ich hoffe, du könntest diese drei Punkte mitnehmen. Also denk dran, LinkedIn-Ads sind nicht zu teuer. Es geht auch günstig und gut und qualifiziert, dass man qualifizierte Leads generieren will. Wenn du mehr dazu erfahren willst, dann abonniere am besten den Kanal oder folge uns auf LinkedIn. Bis bald, dein Maurice.